Die Erde gehört zu den inneren Planeten des Sonnensystems. In diesem Video geht es um die besonderen Bedingungen für die Entstehung des Lebens auf der Erde. Um diese besser zu verstehen, schauen wir uns unsere Nachbarplaneten Venus und Mars an. Sausspannendes Thema, viel Spaß und los geht's! Die Erde hat einen Durchmesser von 12.756 km, gemessen am Äquator. Die mittlere Entfernung von der Sonne liegt bei 150 Millionen Kilometer. Die Umlaufzeit um die Sonne beträgt 365,25 Tage. Eine Drehung um die Erdachse hingegen, also eine Rotation, dauert 23 Stunden und 56 Minuten. Wusstet ihr, dass ganze 71% der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind? Die Oberflächentemperatur auf unserer Erde beträgt ca. zwischen minus 70 und plus 56 Grad Celsius. Die Atmosphäre, die besteht aus 78% Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff. Dazu kommen Edelgase, wie zum Beispiel Kohlendioxid. Der Mars hingegen, der hat einen Durchmesser von 6.800 km am Äquator. Auch seine Masse ist geringer als die der Erde. Sie beträgt nur etwa ein Zehntel der Erdmasse. Die Umlaufzeit um die Sonne beträgt ein Jahr und 361 Tage. Die Atmosphäre hat eine sehr geringe Dichte und besteht zu 95% aus Kohlendioxid. Die Temperaturen am Äquator des Mars beträgt mittags plus 16 bis plus 24 Grad Celsius und kann in der Nacht auf bis zu minus 70 Grad Celsius absinken. An den Polen sogar auf minus 130 Grad Celsius. Ich glaube, das ist arschkalt. Geil ist, dass dieser Planet Jahreszeiten wie die Erde besitzt. Die Pole zum Beispiel sind im Winter mit einer dünnen Schicht aus Wassereis und Kohlendioxidschnee, also Trockeneis, bedeckt. Diese Schicht schmilzt im Sommer einfach so weg. Außerdem gibt es auf dem Mars zahlreiche Krater, erloschene Vulkane, die bis zu 24 Kilometer hoch sein können. Canyons findet man auch, sowie Trockentäler. Seit ca. 100 Millionen Jahren soll es auf dem Mars kein Vulkanismus, keine Erdbeben und keine Gebirgsbildung mehr geben. Das liegt daran, dass die Wärmequellen im Marsinneren erloschen sind. Und dann gibt es natürlich noch die Venus. Die Venus ist fast so groß wie die Erde, mit einem Durchmesser von ca. 12.100 Kilometer am Äquator. Die Venus rotiert im Gegensatz zu anderen Planeten gegenläufig, also von Ost nach West. Da die Venus ungefähr die doppelte Strahlung der Erde empfängt, müsste demnach eine durchschnittliche Temperatur von 20 bis 30 Grad Celsius herrschen. Wichtig ist zu wissen, dass die Atmosphäre der Venus zu über 95% aus Kohlendioxid besteht. Trotz der hohen Abstrahlung in den Weltraum, aufgrund der geschlossenen Wolkendecke, heizt der Treibhauseffekt die untere Atmosphäre auf bis zu 465 Grad Celsius. Wir merken also, dass die Erde schon ziemlich perfekt zum Leben ist. Schauen wir uns nochmal ein paar weitere Vorteile an, die gute Bedingungen für die Entstehung von Leben sind. Naja, das eine ist natürlich im Gegensatz zu Mars, ist die Masse der Erde, damit natürlich auch die Schwerkraft, groß genug, um Wasser und Gase an sich zu binden. Genau deswegen existieren Ozeane und eine Atmosphäre auf der Erde. Die Ozonschicht in der Stratosphäre in 30 bis 50 Kilometer Höhe schützt die Erde, größtenteils vor energiereicher UV-Strahlung. Im Laufe der Erdgeschichte konnte das Kohlendioxid, das früher größtenteils in der Erdatmosphäre zu finden war, gebunden werden. Unter anderem in Kaltgestein, dem Ozean, natürlich in den Pflanzen und damit auch in fossilen Brennstoffen sowie im Boden. Und ja, auch der natürliche Treibhauseffekt hat einen Vorteil. Ohne diesen hätte die Erde mittlerweile eine durchschnittliche Oberflächentemperatur von mindestens minus 18 Grad Celsius. Tatsächlich liegt dieser aber bei mindestens plus 15 Grad Celsius. Durch diese positive Temperatur ist das Wasser in festem, flüssigem und gasförmigem Zustand vorhanden. Dadurch laufen chemische Reaktionen genau richtig ab. Weder zu schnell noch zu langsam. Auch organische Verbindungen bleiben stabil. Und einen letzten Punkt möchte ich noch nennen. Der Erdkern besteht aus Eisen und Nickel. Und dadurch wird ein gigantisches Magnetfeld um die Erde erzeugt, das diese vor dem Sonnenwind schützt. Ihr merkt schon, dass man, um all diese Punkte genau zu verstehen, etwas mehr über den Aufbau der Erde wissen sollte. Im nächsten Video beschäftigen wir uns genau damit. Einfach hier links klicken oder auf den Link unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr unsere Kanäle abonniert, dem Video einen Daumen in nördliche Richtung gebt. Und damit wünschen wir euch einen tollen Tag und gerne bis zum nächsten Video. Alles Gute und ciao.